Sie hören SBS German. Sie hören den SBS German News Flash an diesem Montag, den 15. April. Mein Name ist Julia Grewe. Die Verleumdungsklage von Bruce Lerman gegen Network 10 und die Journalistin Lisa Wilkinson ist gescheitert. Bundesrichter Michael Lee stellte fest, dass die Beweise Network 10 recht geben und damit keine Verleumdung von Bruce Lerman stattgefunden habe. Richter Lee sagte, dass nach Abwägung der Wahrscheinlichkeiten Brittany Higgins vergewaltigt wurde. Er stellte zudem Mängel in der Glaubwürdigkeit bei sowohl Lerman als auch Higgins fest. Lerman musste sich 2022 vor dem obersten Gerichtshof des Australian Central Capital einem Strafverfahren stellen, das aufgrund von Fehlverhaltens der Geschworenen ohne Urteil endete. Bei dem aktuellen Verfahren handelt es sich um ein zivilrechtliches Verleumdungsverfahren. Es zieht keine strafrechtliche Verfolgung nach sich. Die australische Bundesregierung warnt davor, dass die Luftangriffe des Iran auf Israel vom letzten Wochenende eine Bedrohung für die gesamte Region darstellen. Australische Staatsbürger in Israel werden dringend gebeten, nicht außerhalb des Großraums Tel Aviv, Jerusalem und Ramallah zu reisen und den Rat der örtlichen Behörden zu befolgen. US-Präsident Joe Biden hat dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu mitgeteilt, dass sich die USA nicht an einer Gegenoffensive gegen den Iran beteiligen werden, sollte Israel beschließen, Vergeltung für den Angriff zu üben. Die G7-Staaten haben den iranischen Angriff verurteilt und ihre Solidarität mit Israel ausgesprochen. Israels Präsident Isaac Herzog erklärte, man strebe zwar keinen Krieg mit dem Iran an, betrachte den iranischen Angriff jedoch als Kriegserklärung und werde die notwendigen Schritte zur Verteidigung unternehmen. Im Zusammenhang mit dem Messerangriff in Bondi Junction vom letzten Samstag hat der Premierminister von New South Wales, Chris Mintz, angekündigt, bis zu 18 Millionen Dollar für die Untersuchung der Messerattacke zur Verfügung zu stellen. Mintz sagte zudem, dass seine Regierung zusätzliche Massnahmen für das Sicherheitspersonal in grossen belebten Zentren, einschliesslich öffentliche Krankenhäuser und Einzelhandelsgeschäfte in Betracht ziehe. Am vergangenen Samstag hatte der aus Queensland stammende Joel Kautschi in einem Einkaufszentrum in Bondi Junction sechs Menschen mit einem Messer getötet. Zwölf weitere mussten mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden, darunter ein neun Monate altes Baby. Kautschi soll psychische Probleme gehabt haben und der Polizei in Queensland bekannt gewesen sein. Ab heute reduziert die australische Post ihre Briefzustellung. Haushalte erhalten nur noch jeden zweiten Tag Briefe. In den nächsten fünf Jahren soll sich dies auf nur noch eine Zustellung pro Woche reduzieren. Damit verlagert die Post ihren Schwerpunkt auf die Paketzustellung. Auch die Abholoptionen sollen erweitert werden. Die Vereinigten Staaten wollen dem Sudan zusätzliche 154 Millionen Dollar zur Verfügung stellen, um die internationale Hilfe zu verstärken. Die Ankündigung erfolgt im Vorfeld einer humanitären Konferenz in Frankreich, auf der die USA andere Länder auffordern werden, dem Konflikt im Sudan Priorität einzuräumen. Der Konflikt war am 15. April letzten Jahres zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces ausgebrochen. Er hat verheerende Auswirkungen auf die Infrastruktur und die Zivilbevölkerung des Landes. Und noch eine Meldung vom Sport. Fünf Spieltage vor Saisonschluss steht Bayer Leverkusen bereits jetzt als deutscher Fußballmeister fest. Nach dem klaren 5-0-Erfolg gegen Werder Bremen am letzten Sonntag hat die Mannschaft von Trainer Xavi Alonso 16 Punkte Vorsprung vor dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart. Damit kann Leverkusen nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden und beendet die Erfolgsserie des deutschen Rekordmeisters München. Bayern München hatte elfmal hintereinander den Titel geholt. Für Leverkusen ist es die erste deutsche Meisterschaft der Klubgeschichte. Redaktionsschluss für diese Meldungen war 14 Uhr Australian Eastern Standard Time.